Hallo! Jetzt! Hey Männer, weißt du, du musst draufstehen, die Sonne aufstehen. Wie, 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 wie funktioniert das? Du machst den Film. Jan, dein Fuß ist ein bisschen groß geworden. Du machst doch den Bogen, weißt du? Ah, Scheiße, Mann, guck mal, was da raus ist. Warte, 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 warte. Was? Ey, nicht dass der andere klebt, dann kann er keine 200 Lkw. Wenn ich mich so feste, ist das voll gemein. Jan, du musst auch... Okay, was aufhören? Ey, Valery, behalte dich, mein Bier wird warm. Das ist nur ein Stück drin, der ist schon fertig, ich hab's wegen drin. Ganz kurz, nachher kann ich wieder haben. Was? Ey Leute, das ist ein Stück übrigens, man sieht Geld vorbei, ist sehr schlecht. Ich muss das anmachen. Ich hab noch, ich hab noch Farbe gegen... Du, du sollst sie dir einfach hinlegen, irgendwie. Echt, ernst. Ich bin fertig, die Victoria ist aber nicht so weit. Die Victoria, die Victoria hat dich weit gebracht. Muss ich sagen. Das ist, das ist ihre Leistung, also es geht, es fängt hier an. So läuft es. Und da... Also, was soll ich sagen. So. Ich muss den wieder spucken. Dieses Mädchen, die hat's nicht so ganz drauf. Nicht so ganz drauf. Oh, ich bin der Töner in der Haus. Uuuuh, 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 uuh, 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 uuh. Ich kann mich bewegen. Okay. Finale, komm. Grande. Was ist da drin? Kartoffeln an der Wand. Okay. Letzte... Kartoffeln an der Wand. Letzte ein... Letzte ein... Der Fuß ist aber korrekt geworden. Ready? Fertig. Ja. Jetzt. Ich... Hahaha. 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 Wie macht's denn euch noch? Viktoria. Muss man doch was? Viktoria. Schatz verbockt. Hahaha. 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 Ja, aber der Arsch ist doch guter. Hahaha. Der sieht... Der sieht aber nach keiner Bierflasche aus. Nach keiner Flaschenbisch der sieht es aus. Was ist das? Engel. Ja, du bist ein Engel, Mann. Hahaha. Hahaha. Du wirst wie eine deutsche Hand sein. Also... Das ist... Das ist... Der Mann. Ich bin die Kartoffel an der Wand. Jetzt als nächstes kommt ein Bulgarer an der Wand. Der eigentlich ist nur Rumänisch. Der eigentlich ist nur Rumänisch. Aber... Ja, eigentlich ist der nur Rumänisch. Ja, schon korrekt geworden. Da... Schon... Also... Das sieht man... Das sieht man wie man... Füße zeigen. Ja, bei Genitalien hast du es vergessen. Ja, ja, ja. Wir waren in Bonnberg. Genitalien gibt es bei denen... Ja, ja.